Ah boah, ich mag nicht mehr. Kannst du mir bitte beim Abkratzen helfen? Beim Abkratzen helfen? Ja, freilich kann er da helfen. Da gibt es etliche Möglichkeiten. Ja, da könnt ihr jetzt gleich mal ein bisschen was ins Essen reinmischen, so dass du es nicht merkst. Oder hättest du es lieber direkt? Ein Messer, ein Nudelweigler oder gar eine Bratpfanne. Ha ha ha, findest du das jetzt witzig oder was? Ich mein beim Auto abkratzen, die Scheiben sind ringsrum total vereist. Ach so, ja natürlich kann ich dir da helfen. Also einen Humor hast du manchmal. Nein, die einen sagen Humor, die anderen Fantasie. Die einen sagen so und die anderen sagen so. Die Bayern-Komödie wird unterstützt durch die Pagate-Landbrauerei Schönraben.